Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Beste wäre wohl ein zweistufiger Angriff auf diese Alien-Stellungen. Aber ich bin ehrlich, es wird verdammt schwer. Sekunde, 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 Sekunde. Okay. Italienisches Hügelland. Ich hoffe, Kane weiß, was er tut. Mir gefällt es hier ganz und gar nicht. Du hast Kane verraten. Wir brauchen den Code. Okay. An die Arbeit. Schicken Sie einen Saboteur in die Relaisstation, um den Codeschlüssel zu sichern. Wird gemacht. Neues Bonusziel. Zerstören Sie die Gravitationsstabilisatoren auf der nördlichen Anhöhe. Okay. Kriegen wir auch hin. Neues Bonusziel. Durch die Zerstörung der Stasekammer entziehen wir den Besuchern ihre Schildtechnologie. Bau abgeschlossen. Zudelig Energie. Neue Bauoption. Bauort. Neues Bonusziel. Erwollten Sie noch mehr Tiberium, indem Sie drei Alien-Tiberium-Extraktoren erobern. Frauen. Er hat nur gesagt, dass es ihm nicht gefällt. Hm. In manchen Sachen sollte man einfach... ...den Mund halten. Manche Mädels sind einfach giftig. Ich gebe es ja zu. Was soll ich machen? Rücke vor. Das wird ein Spaß. Hm. Positiv. Kinderspiel. Okay. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Was jetzt? Aber so sieht sie doch ganz zierlich und nett aus. Oder? Was meint ihr? Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Bauort. Geheimdienstdaten aktualisiert. Bau abgeschlossen. Noch das hier. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Wir brauchen... ...den ja. Ähm... ...das hier. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit einen Saboteur schon bauen, dass wir das hier einnehmen. Und den erschießt mir bitte nicht gute Daumen. Die Wissenschaft vertraut mir. Das könnten wir brauchen. So. Neue Bauoptionen. Das. Dann kümmert, glaube ich, die Kraften. Forschungslabor. Okay. Gebäude besetzt. Notzstädte werden wachsen. Ich warte. Lade nur bitte hier rüber. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich dann nochmal einen gleichen Problem... ...die Bauoptionen baut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ja, ich bin hier. Positiv. Bau abgeschlossen. Hm. Doch, es könnte funktionieren. Ähm... Wir tarnen uns aber auch. Ich finde das so witzig, wie das MBF von der Notz, äh... Sichtgewicht. ...dein Ort, der Keynes würdig ist. Neue Bauoptionen. Bau. Okay, jetzt wäre unser Stützpunkt schon mal getarnt. Und wir sollten auch was gegen er machen. Hm. Bau abgeschlossen. Dann sollte sich dieser Stützpunkt hier, unser Hauptstützpunkt schon mal... ...ungeeigneter Bauplatz. ...ein bisschen auf Erdverteilung einstellen. Bau. Unzureichende Mittel. Hm. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Dann bauen wir hier drüben gleich auch noch mal... ...den zweiten Sammler. Ne, das haben wir noch nicht. Aber dann bauen wir das. Auch wenn uns dann gleich der Strom wieder fehlt. Baut. Bau abgeschlossen. Ich glaube, wir gehen hier wieder auf Avatare. Hm. Wie viele sollen wir von denen sichern? Von denen... Erobern sie die Tiberium Extraktoren der Aliens damit... Okay. Das soll heißen, die ganzen hier sichern. Kriegen wir auch irgendwie. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Da haben wir schon mal ein paar Einheiten noch zu bauen. Danke. Bauoptionen. Schwarze Hand einsatzbereit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Unzureichende Mittel. Hm. Das sind jetzt, seit die Türme beginnend zu fallen. Hm. Wie gesagt, könnt ihr euch kurz mal anhalten und das euch durchlesen. Wir sind die Außererhand einsatzbereit. Was jetzt? Und übrigens, die sehen schutzlos aus, aber die sind teilweise sehr gut gedefft. Hm. Die schwarze Hand wartet. Auf welchen Turm haben wir es als ihr? Welchen Tiberium haben wir es abgesehen? Ich glaube, auf den. Gebiet wird gesichert. Es gibt viel zu tun. Hier rüber. Schwarze Hand einsatzbereit. Grüne Felder. Schwarze Hand einsatzbereit. Eines der blauen möchte ich mir jetzt auch gleich sichern. Wir haben die Raketen. Bauopt. Wir haben die Raketen. Ich glaube, wir sichern uns als erstes den hier. Danach den. Wir haben die Raketen. Hm. Wir haben die Raketen. Wir kriegen wir nicht so schnell wahrscheinlich. Wir haben die Raketen. Das wird sich dann herausstellen. Wir haben die Raketen. Dann einer von denen und zwischendrin machen wir einfach das hier mal weg. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir werden sie uns zu reichen ermitteln. Hier würde ich mich auch noch mal gern tarnen. Wir haben die Raketen. Bitte mal hier. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Bau abgeschlossen. Die Bruderschaft vertraut. Sie stehen uns im Weg. Ich habe noch nicht. Ich habe noch eine Rakete. Ich habe noch niezus Lostbrunnen. Weато immer. Wir sind die Bakete. Ich habe noch nicht. Ich habe noch Zeit. aber sie haben okay ich verstehe ich verstehe ich verstehe müssen wir sind schärflich hättere geschütze auffahren und diesmal hier ganz gemütlich rüber ja wir haben eigentlich schon ein bisschen was zumindest dann hätte ich noch gern eine kleinere anzahl von bazooka aber dann nehmen wir hier ein und maschinen gleich mal hier hoch und zerstören das wir haben die raketen wir haben die raketen hier könnte man eigentlich schon mal ein wir haben die raketen was ist unser nächstes ziel raketen einsatzbereit haben die raketen wir haben die raketen und zu reichen die augen noch abstand halten initialisiert wir haben waffen initialisiert er damit raketen bereit initialisiert unsere eigenen einheiten können daran aufstehen wir haben die raketen und das habe ich jetzt leider nicht mit bedacht was hier wir haben die raketen gibt es überhaupt ein gutes ziel wo man das reingehauen kann ich glaube ich was ich lieber wir haben die raketen bevor doch kollateralschaden entsteht doch das könnte man hier reinhauen wir haben die raketen wir haben die raketen wir haben die raketen ich habe mir alles gleich abgeerntet dann gehst du mir auch wieder wir haben die raketen raketen einsatzbereit avatar betriebsbereit natürlich roger waffen initialisiert angriff ziel bestimmt initialisiert dachte ich mir die gdi zieht verstärkung heran kommando start also es ist ziel bestimmt ja ja das stimmt erledigt alle systeme bereit aber die ziel bestimmt vertrauen sie mir initialisiert die raketen warte wir holen uns erstmal das hier Weil dann können wir ein paar Alien-Einheiten auch noch bauen. Ah, der Sammler ist nicht schon elektrisiert. Dann können wir eigentlich uns hierhin hocken und gemütlich Dornchen drehen. Ähm, dann gehst du immer wieder hoch und fängst an, selbst mal an zu sammeln. Bau abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Oh, die Alien versuchen langsam anzuporten. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Na, du nimmst mir das jetzt bitte einmal an. Wir haben die Raketen. Und wir brauchen hier oben, wie ich zumindest, noch einen... Wir haben die Raketen. Ähm, wir haben die Raketen. ...Botschafter hier hinsetzen, damit unsere Sachen hier nicht zerstört werden. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. So, wir haben die Raketen. Passt dann auch alles. Wir haben die Raketen. Raketen bereit. Avatar bereit. Wir greifen an. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Betriebsbereit. Angriff. Wir haben die Raketen. Ich glaube auch, dass wir den Boden eigentlich nicht gemacht haben. Weil die Alien-Einheiten brauchen müssen unbedingt... Wenn der Skrunk-Gateway zerstört wird, dann ist das nicht unbedingt schön, weil die müssen nicht unbedingt planen. Das ist halt die spezielle Meinung an den Aliens. Das hätten wir hier auch gleichzeitig noch was zum Retten hin, weil die Avatare sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Außerdem, wir haben einen verloren. Wo ist eigentlich unser Botschafter? Ah, der ist hier drüben noch. Nein, 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 nein. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich warte. Dies wunderbare Leuchten. Will ja nicht gemein sein, aber das sieht auch nicht gut verteidigt aus. Baut. Sie werden uns fürchten. Gebiet wird gesichert. Braucht noch ein bisschen... ...bisschen, bis er da ist. Betriebsbereit. Ziel wählen. Einheit gewonnen. Bauabschutz. Getarnte Avatare sind auch toll. Ähm, ich möchte hier unten zumindest... Mach mal zwei Obelisken. Ich will auf Nummer sicher gehen. Auf zu den Kristallen. Schieß doch alles, was sich bewegt. Waffen initialisieren. Gehst du mir hier runter? Ich warte. Ja, hier rüber. Dann das noch. Da warten wir, bis unser Botschafter hier drüben ist. Dann rüber. Dann baut. 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 1-2 Obelisken. Und dann halt hier noch ein Paar. Könnten jetzt eigentlich direkt hier hin hocken. Aber mal mehr abdecken. So. raketen einsatzbereit pläne werden durchgesetzt ich muss nach der folge mal was ausprobieren da brauche ich eure unterstützung kurz mal wissen ob das bei twitch funktioniert das jetzt mit den abweicher kann jetzt glaube ich habe herausgefunden wie man abstimmungen macht und da probiere ich dann mal was aus ob das auch so funktioniert wie ich mir das vorstelle ungeeigneter bauplatz abgeschlossen ich warte betriebswaffe waffen initialisiert initialisieren ich gebe mir jetzt mal hier freundlich einheiten in sicht ausgebildet aber das hier zerstören konsequent aktiv Ah, hier sind die Gruppen vor allem, also ein Blümmer. Also können wir jetzt das Haft-Gedirchen anfordern. Machen wir das einfach mal. Ja, auch wegmachen. Dankeschön. Wir brauchen hier nämlich noch dich und noch ein paar Saboteure. Das geht ein bisschen schneller, als ich mir gedacht habe. Dann geht man hier hin. Oh, da kommt was, da kommt was. Da kommt viel hier. Das ist noch zu viel. Einheit verloren. Ziel wählen. Ziel erfahren. Zerstören. Vulvanisieren müssen. Eine Mission einzielen. Baut. Jetzt baut man noch ein paar. Mit sowas habe ich fast gerechnet. Das ist hoffentlich. Wir brauchen noch mehr. Dann baut man einfach noch mal einen Botschafter. Wir haben es ja. Abgebrochen. Ausbildung. Aurora-Pakete bereit. Ziel wählen. Was war das nicht, dass ich jetzt etwas... Zerstören Sie Stasis-Kammer. Okay. Ziel wählen. Aurora-Pakete gestartet. Ahaha. Ich glaube, ich bin froh, dass ich da gerade in eine Atom-Rakete reinjage. Bonus-Ziel erreicht. Wir nehmen, was uns gehört. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zerstören. Nicht schön. Aufhören. Außerdem, die Ingenieure der Aliens sind getarnt. Ihr habt es richtig gesehen. Dann braucht es jetzt doch... ...ein bisschen mehr Defense. Das sollte aber kein Problem sein. Abgeschlossen. Ausbildung. Ha. Einheit wird angegriffen. Avatar. Aufhören. Ja. Brauchen wir mal ein bisschen Saboteurin noch. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Gebt mir mal hier hoch. Die Bruderschaft vertraut mir. Nicht ins Tiberium. Da verreckt ihr zu schnell. Ah, der Sammler ist auch nicht mehr am Leben. Avatar bereitet mir. Rücke vor. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Waffeninitiativiert wegfall. Die Bruderschaft vertraut mir. Und da unten brauchen wir auch noch... ...die Bruderschaft vertraut mir. Einiges an Einheiten. Okay. Was brauchen wir? Die Bruderschaft vertraut mir. Arbeiten wir zusammen. Initialisieren. Eliminieren. Betriebsbereit. Vertrauen Sie. Kann ich irgendwie helfen? Das hier. Vertrauen Sie mir. Ich höre. Den. Kann ich irgendwie helfen? Ja, natürlich. Das geht mir mal ein bisschen zurück. Arbeiter bereitet. Arbeiten wir zusammen. Kann ich Ihnen helfen? Die haben uns Gott sei Dank ignoriert. Wir brauchen hier dringend was zum Reparieren. Und baut. Ich könnte auch mal was schönes demonstrieren. Arbeiter bereiten. Ich glaube, das mache ich auch. Das ist doch doof. Den können wir nicht einnehmen, oder? Nein. Das ärgert. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ja, das mache ich jetzt halt aus. Jetzt bauen wir mal ein paar Strahlenkanonen. Bei diesen... Strahlenkanone einsatzbereit. Sehr cool. Strahlenkanone einsatzbereit. Außerdem, wir haben das Geld. Da bauen wir eigentlich auch nicht zurück. Wir müssen ein bisschen Geld loswerden. Ein paar Ingenierungen machen. Den auch noch ein paar. Wir sehen, diese Fähigkeit, die funktioniert übrigens auch über Vertik... Äh, diese Rennung der Alltag. Ähm... Wir sehen gerade viel Range von dem. Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Wir haben die Raketen... Noch ein paar Streihkanonen... Und wir können die Basis angreifen. Mit... Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Luminatoren ausgerichtet. Aber... Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Kalibrierung abgeschlossen. Aber wie gesagt, wir reichen... Bis hierhin reicht es mir vollkommen. Und wir könnten mit denen auch... Unsere Avatare aufrüsten. Wir warten. Ich warte. Vorwärts. Machen wir das einfach mal kurz. Her damit. Und wie gesagt, die schießen auch gleichzeitig viel schneller. Wir haben die Raketen. 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 Ja, aber die Raketen. Aber da. Wir haben die Raketen. Muss man wirklich sagen, die sind wirklich gut. Dachte ich mir. Wir haben die Raketen. Mh. Brauche ich dringend reparatur. Wir haben die Raketen. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich irgendwie... Schocken mal durch die Raketen. Wir haben das einfach mal. Wir hatten die Raketen. Wir werden toll mourning. Die Subnaut werden wir wahrscheinlich nie bekommen, das kann ich schon mal so sagen. Außer wir übernehmen jetzt halt eines der ihrer Grafine. Könnten wir doch mal machen. Oh, wir können es heute noch diese Upgrades machen, wenn wir durch das Tiberium latschen. Einhalt wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Aber die Belastung gemessen. Bau unterbrochen. Ausbildung. So. Hier ist auch nicht mehr so viel, da könnten wir eigentlich... Oh, ich warte. Da stehen ja einfach Einheiten. Ups. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Warum dauern die ganzen Missionen jetzt nicht so lange? Bau unterbrochen. Abgebrochen. Die Bruderschaft vertraut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Europa-Rakete bereit. Upgrade abgeschlossen. Einheit verdient. Die Bruderschaft vertraut. Die Bruderschaft vertraut. Avatar bereit. Betriebsbereit. Geht nochmal ein bisschen zurück. Natürlich. Muss ich bloß auch ausfinden, die Bruderschaft. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ah, da sind wir. Geht mal hier runter. Avatar bereit. Ähm. Dann bauen wir noch ein paar Buzzer. Weil die sind auch gegen Infanterie... Übel ist gut. Das ist die Standardinfanterie, der ist drin. Die können auch Einheiten aus Gebäuden rausbringen. Äh. Und solche Scherze. Die sind echt gut. Machen wir uns an die Arbeit. Ja. Ich kenne den Weg. Sam, da wärst du zu freundlich und würdest hier reingehen. Für mich. Zu freundlich von ihm. Ich stelle mich mal vor. Avatar bereit. Ah, man muss nur drei einnehmen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Nein, 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 nein. Die nächsten Siderbuster. Nö. Ja. Jetzt sind sie dran. Ähm. Ausbildung. Machen wir einfach noch mal ein paar... Wir haben ja das Geld. Avatar bereit. Tiberium-Belaston gemessen. Die Bruderschaft vertraut. Waffen initialisiert. Wir müssen jetzt irgendwie die Flugabwehr noch ausschalten. Die Bruderschaft vertraut. Einheit wird angegriffen. Die Bruderschaft vertraut. Ich höre, die Bruderschaft vertraut. Ich weiß, den bräuchte ich nicht, aber ich will das jetzt auch mal haben. Die Bruderschaft vertraut. Übrigens, wenn man an die Alien-Tags kommen will, dann nehmt einfach hier die Flugplattform ein. Weil dadurch kann man sich sozusagen den Bauhof der Aliens bauen. Geht der Strater-Head bloß auf meine, äh, Ingenieure geht. Diese, diese Sau. Könnten man hier auch nochmal... Ein paar... sander bauen kann ich jetzt nicht drauf verzichten einfach zu klauen naja klauen nicht ehrlich beschlagnahmen sagen wir es aber so ziel bestimmt das wird jetzt das ziel oh das kommt mir auch mit das ziel muss intakt bleiben natürlich okay ob ich dagegen dass die sich gegenseitig umdenken muss man jetzt auch nicht ja jetzt hat man noch ein halbierer halbierer geht mir mal hier hoch geh mal weg betriebsbereit brauchen wir nur noch einen ingenieur der hier unten steht dann nehmen wir das noch ein Nordmord ist bereit. Nordmord ist bereit. Ja. Nordmord ist bereit. Es gibt viel zu tun. Eigentlich eine sehr einfache Mission. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, laut Aufnahme, 34 Minuten. Vertrauen Sie mir. Und danach probieren wir mal was aus. Nordmord ist bereit. Einsatzziel erreicht. Mission erfolgreich. Nordmord ist bereit. Mit. Ja. Ja.